Jetzt kommen wir zum Stoff 4280, ein warmen Stoff, doppelwandig, aber doch schon leicht durchsichtig oder doch etwas stärker durchsichtig, also vorsichtig bei Nacht. Da könnte es sein, dass man dann bei Licht angesehen wird. Das ist aber ein sehr schöner Stoff, der hat einen natürlichen Charakter, so leinenartig. Man kann das jetzt aus der Nähe erkennen, ein hellbraun, jetzt im Gegenlicht hier, Sonnenlicht, man sieht die Finger da durch. Und die Rückseite ist in einem schönen Weiß gehalten.